Im Jahr 1450 entwickelte Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern, eine revolutionäre Erfindung, die die Geschichte der Menschheit nachhaltig veränderte. Es beruht auf der Idee, einzelne Buchstaben, Zahlen und Zeichen aus Metall zu gießen, die dann zu Wörtern und Texten zusammengesetzt werden können. Diese einzelnen Metalllettern können immer wieder verwendet und neu angeordnet werden, um verschiedene Texte zu drucken. Durch den Buchdruck wurde die Massenproduktion von Büchern möglich, was zu einem weitreichenden Wissensaustausch und einer Verbreitung von Ideen führte. Das gedruckte Wort wurde für viele Menschen zugänglich, was zur Verbreitung von Bildung und Kultur beitrug und das Ende des dunklen Mittelalters einläutete. Die Erfindung des Buchdrucks gilt als eine der bedeutendsten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte und legte den Grundstein für das moderne Informationszeitalter. Abonniere unseren Kanal für spannende Geschichtsfakten und bleibe inspiriert.